Hi Ladies! Tina hat mich gebeten, für sie ein außergewöhnliches Outfit für den kommenden Sommer zu kreieren. Und der Sommer steht ja wirklich kurz davor und dafür habe ich dieses wunderschöne Outfit kreiert. Doch zuvor noch der Hinweis, bevor ich auf diese wunderschönen Details reingehe. Wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Tina liebt das Außergewöhnliche, genauso bei ihren Outfits. Irgendwas für eine Stange kommt bei ihr nicht in Frage. Und somit hat sie mich gebeten, ein Outfit mal zu kreieren, was sie im Mittelpunkt stehen lässt, aber das Sommergefühl auch teilweise schon Ende Herbst spüren lässt. Und da habe ich ihr hier dieses wunderschöne Kleid daraus gesucht und ihr seht schon auf den ersten Blick, es ist nichts, was man einfach mal irgendwo an jeder Ecke kaufen kann, sondern etwas ganz Spezielles. Ich fange einfach mal oben bei dem Oberteil an. Denn das komplette Oberteil ist aus einer cremefarbenen Spitze verziert, komplett von hinten bis vorne und zweilagig. Denn die Spitze ist ja relativ transparent, somit ist quasi da oben noch ein Unterkleid drunter, dass es auch einen schönen Kontrast bildet, Ton in Ton und wunderschön an euch aussieht. Der Rockteil ist in wunderschön verzierten Blüten gehalten, was in diesen schönen zarten Pastellton daherkommt. Und das leicht ausgestellte und entfalten macht es ihn wirklich zu einem Hingucker im Sommer. Und wenn ihr hier auch mal ganz genau hinschaut, seht ihr, dass dieser Oberstoff relativ transparent ist und der Unterrock dieses Farbspektrum dann richtig hervorholt. Und mit diesem Kleid, kann ich euch versprechen, werdet ihr diesen Sommer richtig gut genießen können, denn es ist Sommerfeeling pur. Und durch die Machart und den Stoff und den Schnitt ist es wirklich ein außergewöhnliches Kleid. Aber ein Kleid, auch ein außergewöhnliches Kleid, findet man, wenn man ein bisschen Suchdresseln überall. Ich behaupte aber, man kann jedes Kleid zu etwas Besonderem machen, etwas Außergewöhnlichem, wenn man es mit den richtigen Accessoires kombiniert. Und dazu habe ich hier einen wunderschönen Pump von Stephen Madden gefunden mit 11 cm hohem Absatz. Und damit, verspreche ich euch, bekommt ihr ewig lange Beine und werdet bestimmt gleich mal ein paar Kilo schlanker aussehen. Und dadurch, dass der Schuh diesen innenseitigen Ausschnitt hat, wird euer Fuß richtig zart hervorgehoben, dass man wirklich, ihr könnt euch das vorstellen, dass die Männer ja die Zunge aus dem Hals hängen, weil einfach ihr so heiß und top aussieht. Und damit habt ihr schon mal mit diesem zarten, cremischen Ton den gleichen Ton fast getroffen vom Oberteil und schmiegt sich quasi perfekt in das Kleid ein. Und um das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden, habe ich hier noch eine kleine Handtasche, eine kleine Handtasche gefunden, in einer Lederoptik mit einer kompletten Struktur, die, sage ich mal, ein bisschen edler aussieht. Aber dadurch, dass die Handtasche ein bisschen klein ist, passt sie wunderbar zu diesem Outfit und wenn ihr sie über die Schulter tragt, vor diesem Blümchen, perfekt. Es passt genügend rein, aber wie gesagt, sie ist relativ klein. Also, wer auf große Taschen steht, ist diese Tasche wahrscheinlich eher weniger was, aber die passt perfekt in so ein Outfit und macht das Ganze so ein Arounder. Und jetzt kommen wir noch zu den Eyecatcher. Denn in diesem Sommer ist der Trend Sonnenbrillen aus Holz. Ja, wer es noch nicht gehört hat, Sonnenbrillen aus Holz wie diese hier. Sie sind erstmal richtig schön anzuschauen, bilden zu jedem Outfit einen wunderschönen Kontrast, aber nicht zu stark, weil es ein Naturmaterial ist und schmiegt sich in dieses Outfit oder eigentlich in fast jedes Outfit perfekt ein. Wer noch keine Zuhause hat, schaut sie euch mal näher an. Ich liebe sie schon seit zwei Jahren und jetzt endlich ist es quasi in der breiten Masse oder fast bei der breiten Masse eingekommen. Und damit hat Tina ein außergewöhnliches Outfit, was sie wahrscheinlich sehr, sehr lieben wird und hoffentlich ihr auch. Und wenn ihr wie Tina ein Outfit wie dieses hier genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten unter dem Video in den Kommentaren, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr ausseht. Und dann kann ich genau auf euch zugeschnitten ein Outfit wie dieses hier kreieren und euch damit hoffentlich glücklich machen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?